In diesem Tutorial von Crusader Kings 3 schauen wir uns einmal an, was passiert, wenn ihr eure Fruchtbarkeit nicht unter Kontrolle halten könnt. Also geht es um das Nachfolgegesetz und die Tipps und Tricks, wie man denn einen großen Erbstreit verhindern kann. Schaut gerne für weitere Tutorials auf meinem Kanal vorbei, kommt auf Twitch vorbei und schaut mir zu, quetscht mich aus, gebt ein Like, ein Kommentar, ein Abo, das hilft dem Algorithmus und ja, und los geht's. Um uns das einmal anzuschauen, gehen wir einfach mal hier in unser Volga-Ryral-Reich rein, wo ich von Norwegen aus die ganzen Inseln erobert habe, Sizilien erobert habe und so weiter und so fort, um eben einmal diese ganzen Erfolge anzugehen. Könnt ihr euch gerne bei Twitch anschauen, ein bisschen Werbung muss ja immer sein, ihr kennt das. Aber wir wollen uns anschauen, wie wir es denn per R haben. Wenn ihr generell da überhaupt einen Überblick haben wollt und nicht nur hier über diese Symbole gehen wollt, dann geht ihr immer auf F2 oder eben dieses Kronensymbol hier oben und könnt dann auf Nachfolge gehen. Es gibt verschiedene Arten, da gehen wir jetzt gleich drauf ein, wie man halt die Nachfolge einstellen kann. Es ist nicht nur wie Crusader Kings 2, falls jemand von euch das noch gespielt hat, wo man tatsächlich sich relativ gut Primogenitur erzwingen kann. Primogenitur heißt halt, der erste Sohn kriegt einfach einen Titel oder wenn ihr dann ein weibliches Vorrecht habt, die erste Tochter kriegt einen Titel, wenn ihr gleichberechtigt habt, das erste Kind, was geboren wurde. Das macht es relativ einfach. Danach habt ihr nie wieder Probleme mit dem Erben. Das hat man hier ausgestellt, um eben da eine gewisse Schwierigkeit reinzubringen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen mehr fummeln, damit das Ganze auch funktioniert. Ja und ihr seht hier unten eben immer eure Nachfolge. Wir haben also erstmal unseren Erben, unseren Haupterben, der kriegt dann halt diese ganzen Sachen. Ihr seht, wir haben ein paar Königreiche angesammelt. Fünf Stück würde er erben, plus das Großreich eben. Und im Nachfolgefall sehen wir verlorene Titel. Sechs Stück. Jeder von den Kindern kriegt immer einen gewissen Anteil. Wenn ich zum Beispiel jetzt einen Erber habe, der schon ein Großreich kriegt, dann wird der zweite Sohn mit entsprechend vielen Königreichtiteln, da seht ihr sechs Stück, begütet, weil er ja kein Großreich bekommen hat. Und das heißt, er würde halt diese ganzen Königsreichstitel bekommen. Also hier zum Beispiel eben Mordwinien, Volga Bulgarien. Das heißt, mitten in unserem Reich würde er diese Titel bekommen. Ihr seht es hier oben angezeigt. Das wäre natürlich nicht so gut für uns, weil unser Großreich ist eben Volga Oral. Und wir seht, dass sonst alle anderen Titel an uns gehen, weil er eben wohl sechs Königreiche bekommt. Das ist auch ein ganz wichtiger Fakt. Hat er eine gewisse Menge an Königreichen oder hohen Titeln bekommen, kriegt er in niedrigeren Titeln keine mehr, weil er ja im Prinzip dadurch vergütet worden ist. Das gucken wir uns gleich nochmal ein einfaches Beispiel an, um das auch ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Ja, was kann man jetzt machen? Ist natürlich die Sache, ihr könnt einige Methoden angehen. Nummer eins wäre halt einfach mal zu schauen, okay, welches Nachfolgerrecht haben wir denn? Grundsätzlich, ich ändere da eigentlich niemals, aber wir haben am Anfang die Bundteilung. Das heißt, gilt Bundteilung und werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. Wie ich eben meinte, gleichmäßig heißt auch wirklich, dass Königreiche gleichmäßig verteilt werden. Kann einer keinen Königreichtitel mehr bekommen, kriegt er halt dann die nächsten, also Grafschaften, Herzogtümer und so weiter, als Ausgleich und dafür halt im Verhältnis mehr davon. Und wichtig ist, und das ist ganz entscheidend für alle, die denken, ja gut, ich gründe halt einfach keinen Titel. Nee, die Titel werden auch gegründet. Das heißt, diese Königreiche, diese, glaube ich mittlerweile, elf Stück, habe ich mir natürlich nicht selber gegründet. Oder die meisten nicht, ein paar schon. Und viele von denen wurden einfach gegründet, weil irgendwie Erbe angetreten wurde. Zum Beispiel sowas wie Kreta oder Zypern, die unten zu finden sind, die würde man ja niemals selber gründen. Warum würde man das tun? Das heißt, die werden euch natürlich so ein bisschen aufgezwungen. Sind aber tatsächlich, gerade sowas wie Kreta, schon als erster Hinweis sehr gut, um einfach einen nutzlosen Königstitel an ein Kind abzugeben, weil was bringt dieser Königstitel? Nicht sehr viel. Wir können dann hier drauf gehen, um ein neues Nachfolgericht einzusetzen. Wichtig, der erste Punkt schon mal, eure wichtigen Vasallen, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, ist es relativ egal. Aber wir gehen mal davon aus, sobald ihr die ersten Forschungen freigeschaltet habt, habt ihr schon einige mächtige Vasallen. Ihr seht, der eine hier ist negativ. Das heißt, ihr müsstet ihn erstmal beeinflussen, damit ihr überhaupt eine Wahländerung bekommt. Und dann gibt es halt verschiedenste Dinge. Am Anfang, wie gesagt, nur die Bundteilung. Und unten stehen halt die einzelnen Reichserbe-Sachen. Das sind ganz gute Sachen. Das wäre eben diese Primogenitur, die ich eben meinte. Das heißt, ihr ältestes Kind, also wenn es nur ein männliches Vorrecht ist, ein Junge, bekommt dann den Titel Ultimogenitur. Gut, jüngste Kind aus Senex, immer der älteste im gesamten Haus. Das würde ich auch ehrlich gesagt nicht empfehlen. Das ist sehr gut. Man hat natürlich nur einen einzigen Erbe. Etwas schwierig, weil dann kann es sein, dass ihr konstant sterbt, weil immer die 80-Jährigen an die Macht kommen. Das wäre nicht so gut. Wir sind ja nicht in Amerika hier. Von oben sind eben die mit dem mehreren Reichserbe, das heißt Erbteilung. Bei der Erbteilungsnachfolge werden eure Titel gleichmäßig unter euren Kindern aufgeteilt. So wie hier auch. Nur ihr seht, Bundteilung werden eure Titel gleichmäßig verteilt. Und neue Titel können für jüngere Reichserben geschaffen werden. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen Bundteilung und Erbteilung ist schon mal recht gut. Also wenn ihr noch was verändern wollt, relativ früh, dann macht auf Erbteilung. Denn hier werden die Titel nicht neu geründet. Heißt, hätte ich nur mein Kaiserreich hier oben, Volga Oral und vielleicht noch den Sizilientitel, dann gäbe es nur diese beiden als Vererbung. Würde ich aber alle anderen Königstitel zerstören, was man ja machen kann, indem man hier unten auf Titel vernichten geht, dann kostet wohl Legitimität aufpassen, dann hätte ich tatsächlich keinen Titel zu vererben. Das heißt, nach diesem Recht hier würde unser Kind dann keine Königstitel mehr bekommen. Aber auch da muss man sagen, Vorsicht, weil das heißt ja wieder, nach der Logik, die ich eben erklärt habe, wenn er keinen Königstitel mehr bekommt, kriegt er halt die Herzogtümer. Und wenn ihr ja so spielt, wie ich es euch in den Tutorials ja gezeigt habe, guckt sie euch sonst nochmal an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Da kriegt ihr nochmal einige Hilfe, wie ihr ein gutes, kleines, kompaktes Reich bauen könnt. Dann habt ihr zum Beispiel jetzt eure wichtigste Stadt, wie hier jetzt Kiew. Kiew werdet ihr dann einfach verlieren, weil eben das Kind ja keinen Königstitel bekommen kann. Deswegen kriegt es halt das Herzogtum hier. Und das wäre eben dieses Herzogtum. Und das würde euch eben mächtige Gebiete verlieren. Von daher auch da nicht unbedingt hilfreich. Ihr merkt also, die Optionen sind recht limitiert. Und dann gibt es noch Großteilungen. Bei der Großteilungsnachfolge ist der Löwenanteil der Titel an euren Spielerben. Das heißt jetzt an unser erstes Kind. Der Rest wird unter den Kindern aufgeteilt. Das heißt, hier wird der Erstgeborene oder eher das Spielerber, den man designiert hat, wird dann eben wesentlich mehr bekommen als eben alle anderen. Dann mal ganz kurz, wo finden wir eigentlich diese verschiedenen Nachfolgerarten? Denn es ist nicht mehr wie bei Crusader Kings 2, wie ich schon gesagt habe. Wir können das nicht durch bestimmte Bedingungen freischalten, die irgendwie relativ einfach zu erringen sind. Sondern wir müssen dafür forschen. Forschung habe ich ja auch im anderen Tutorial reingebracht. Guckt einfach nochmal rein, wie man schnell forscht, wie man gut forscht und schnell zu seinen Zielen kommt. Aber ihr könnt hier sehen, in der Stammesepoche finden wir Erbteilung. Da wäre eben diese Bundteilung, die wir schon besprochen haben. Der ist ja auch von Anfang an in den meisten Sachen eigentlich freigeschaltet. Außer ihr habt besondere Wahl oder irgendwelche besonderen Erbrechte. Da kommen wir aber gleich dann nochmal zu. Im Frühmittelalter könnt ihr dann über Erbherrschaft die Erbteilung freischalten, dass keine neuen Titel gegründet werden und ihr dann gleichmäßig nur verteilt. Dann ab 1050 wird ihr erstes Hochmittelalter freigeschaltet. Und noch immer haben wir keine primogene Tour oder ultimogene Tour. Das erste, was wir hier bekommen, ist über die Heraldik Großteilung, was wir gesagt haben, dass unser Erbe das meiste bekommt. Und Haus Senex, also der älteste. Was ich persönlich nicht empfehle. Ich weiß, einige schwören darauf, ich mag es nicht. Aber es ist halt eine Möglichkeit zu sagen, ich habe nur einen Erben. Was durchaus mal auch gut sein kann, dass man vielleicht einen neuen Winter hinein bekommt. Dann könnt ihr Großteilung und Haus Senex freischalten. Und erst im Spätmittelalter, wenn das Spiel eigentlich schon fast vorbei ist. 1200 kann es freigeschaltet werden, wenn ihr auch genug Forschung vorher habt. Dann könnt ihr Primogenitur freischalten. Bekommt dann Primogenitur und Ultimogenitur. Das wären dann erstmal die Grundzüge. Jetzt gibt es noch ganz viele Sonderwahlrechte. Naja, nicht ganz viele. Aber ich zeige euch einfach mal eins als Beispiel. Es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, wie gesagt, die Mädchen zu bevorzugen. Also um Matriarchat zu ergründen. Das wäre zum Beispiel Nubien der Fall. Da haben wir schon in der Kultur eingebaut. Diese Kriegerköniginnen. Und die werden dann zum Beispiel, dass gleichberechtigt ist. Wichtig ist, bei gleichberechtigt sollte man eigentlich nie machen. Entweder nur Frauen oder nur Männer. Warum? Weil je mehr ihr natürlich an Kindern habt, können halt alle davon erben. Desto mehr Erben habt ihr, desto mehr Erbenmanagement müsst ihr betreiben. Deswegen ist Gleichberechtigung hier nicht gut. Denn das macht das Spiel tatsächlich wesentlich schwerer. Wenn ihr sagt, ihr wollt ein Rollenspiel-Element haben, ja, go for it. Aber ihr werdet dann natürlich nicht effizient vererben können. Oder es wird wesentlich, wesentlich schwerer. Wichtiger ist halt, was ich jetzt zeigen will, ist hier einfach beim skandinavischen Bereich. Könnt ihr einfach mal eine von diesen speziellen Nachfolgeart annehmen. Und dann könnt ihr hier draufklicken. Auf diese Entscheidung müsst ihr die Bedingungen erfüllen. Die sind eigentlich immer irgendwo da. Und könnt diese spezielle Nachfolgeart annehmen. Erfüllt die Bedingungen, dann könnt ihr hier die Skandinavier-Wahl wählen. Die Skandinavier-Wahl heißt im Prinzip, alle deine Vasallen und der Herrscher selber können halt wählen. Und werden dann aus der weiteren Verwandtschaft. Und jetzt kommt's, auch alle anderen Anspruchsteller nominieren für diesen Titel. Und wichtig dabei ist auch, das ist jetzt nur fürs Kaiserreich von Volga-Ural. Alle anderen Königreich-Titel kriegen das nicht automatisch dazu. Ihr müsst also gucken, dass das in jeden einfügt. Oder am besten in keinen. Und bei jedem heißt hier auch das Problem, dass die Jure-Wessel-Vasallen von Volga-Ural anders abstimmen, als die von Sizilien zum Beispiel. Sodass natürlich sein kann, dass alles verloren geht. Deswegen fühle ich persönlich diese Wahl nicht so gut. Ich weiß, dass hier bei vielen Tutorials immer empfohlen wird. Und gesagt hat, ja, das direkt umändern ist halt super cool. Das kann auch passieren, dass ihr tatsächlich dann nichts mehr habt. Da müsst ihr schon auch geschickt sein. Ihr müsst auch viel Vasallen, ja, wie soll man sagen, Schleimen betreiben. Sodass ihr wirklich auch genug Meinung bei denen habt, dass ihr auch eure Leute wählen. Ihr müsst gucken, dass eure Gebiete, genauso wie im Tutorial gezeigt, noch immer sehr stark sind. Damit ihr am meisten Stimmrecht habt. Steht ja unten, die Stimmkraft wird halt über die Entwicklung der gesamten Domäne des Kurfürsten. Das heißt, wenn ich der Herrscher bin und ich auch ein Kurfürst, entschieden. Also wenn mein Herzogtum dann die meiste Entwicklung hat, habe ich auch am meisten Stimmrecht, kann dann relativ verlässlich meine wählen. Es ist ein riesiges Risiko. Es ist aber eben noch eine Möglichkeit, die man hat, wo man dann wirklich nur einen Erben hat. Und das auch relativ früh schon. Wenn wir das vom Tisch haben, gehen wir jetzt einmal darauf ein, wie wird denn immer das Erbe genommen. Die war einfach mal hier in unserem guten alten Ivar. Der Ivar hat nämlich schon drei Söhne. Und dann sehen wir, wenn wir auf Nachfolge gehen, wie das Ganze aufgeteilt wird. Wir sehen, unser erstes Kind würde eben den Herzogtitel bekommen hier, plus zwei Grafschaften. Unser zweites Kind würde nur noch mit einem lächerlichen Herzogtitel von Isle of Man abgespeist werden. Würde nicht mal eine Grafschaft bekommen in dem Sinne. Und die nächsten Kinder würden jeweils eine Grafschaft bekommen. Ihr seht also, es ist ein absteigender Effekt. Hat das erste Kind ein Herzogtum, dann würde das zweite Kind auch so lange ein Herzogtum bekommen, bis keins mehr übrig ist. Also seht ihr, dass wir natürlich dann Grafschaften nicht unbedingt verlieren müssen. Was natürlich eine ganz coole Geschichte wäre. Denn wir hätten hier eben die Möglichkeit, dass dieses Kind nur diesen Herzogtitel bekommt. Nichts anderes. Warum ist das gut? Das heißt nämlich, dass dieses Kind eigentlich gar keine Macht bekommen hat. Wir können natürlich auch nachher noch Folgekriege erklären und die Titel auch wieder zurückerobern, wenn wir starke Grafschaften haben. Wenn wir aber unsere Grafschaften verlieren, die eben unser Kern des gesamten Militärs und der Stärke ausmachen, dann haben wir ein Problem. Das heißt, unser drittes und frittes Kind sind hier der größere Probleme. Denn die klauen uns tatsächlich Gebiete. Und Gebiete sind eben das, was uns die Aufgebote gibt, was uns Steuern gibt und so weiter. Das liegt beim Stamm nicht so viel wie beim Feudalherrscher. Aber ihr versteht hoffentlich, worauf ich hinaus will. Was kann man machen? Man kann ein Land neu verteilen, neu erringen. Jetzt ist jetzt hier zum Beispiel möglich, indem wir hier jetzt einfach nur als Beispiel den Krieg erklären würden für dieses Strafkleid. Was wir dann eben als Herzogtitel erobern würden. Wir würden den Herzogtitel übernehmen und auch erstellen. Und dann hätten wir auf einmal ja einen zweiten Herzogtitel und einen dritten, der ja auch noch erstellt werden würde. Das heißt, wir könnten hier jetzt drei Kinder schon mit dem Herzogtitel geben. Das heißt, auch das Kind würde nur einen Herzogtitel bekommen, weil es eben tatsächlich einen neuen Herzogtitel, also einen höheren Rang möglich hat. Das gleiche könnten wir eben auch wieder für das nächste Kind machen. Das hat auch noch den Vorteil, dass unsere Dynastie stärker wird. Also wir könnten jetzt hier zum Beispiel in Irland Alster einnehmen und gründen und hier halt eben Strafkleid und das eben an unsere Kinder weitergeben. Ihr könnt aber auch das Erbe vorwegnehmen. Ich habe jetzt hier mal Lothian erobernt und habe unserem Kind hier unten einmal diesen Titel gegeben. Das Kind hätte normalerweise zwei Grafschaften bekommen. Ich habe aber eben vorweggenommen, dass es diese Grafschaften bekommt. Weil ich zum Beispiel jetzt nicht Skid abgeben wollte, habe ich ihm eben dieses an einen Dale gegeben, sodass das Kind weniger Ansprüche hat. Dasselbe kann ich jetzt nochmal machen. Da kann ich ihm jetzt ein Zweites geben, sagen wir mal Dunbar oder hier Tividdale und gebe ihm das. Und dann sehen wir in der Nachfolge, dass jetzt tatsächlich dieses Kind nicht mehr beachtet wird, weil es hat ja seinen Anteil schon bekommen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr keine andere Wahl habt, durchaus ein Management betreiben, zu sehen, okay, welche Grafschaften kriegt das Kind jetzt. Dann seht ihr natürlich auch hier erstmal das Kind, was es Lothian erben würde, hat auch diese beiden Gebiete, die es eigentlich bekommen hätte, nicht mehr in seinem Rang mit drin. Das heißt, ich kann diesem Kind jetzt damit auch ein bisschen Macht wegnehmen und die Macht mehr aufteilen, sodass ich tatsächlich besser kontrollieren kann. Ihr könnt hier auch in Folge des Erbens auch immer Krieg erklären. Das heißt, ich könnte diesem Kind jetzt auch einen Krieg erklären. Je weniger Grafschaften das Kind dann hat, desto schwächer wird. Dieses Kind hier mit seinem Token Herzogtum-Titel zum Beispiel, könnte ich ohne Probleme jederzeit beseitigen oder eben die Gebiete zurückerobert. Und ihr seht, jetzt kriege ich von meinem Kind, dem ersten Kind, halt alles, was ich haben will. Dass jetzt zum Beispiel jetzt meine besten Gebiete wären. Ob das jetzt so ist, ist erstmal hingestellt. Und das heißt, ihr könnt natürlich auch die Titel weggeben oder wie ich es nenne, ihr erobert schlechte Titel und verteilt die an die schlechten Kinder. Dann könnt ihr eben verhindern, dass eure guten Kinder oder das gute Kind, wo ihr alles hinhaben wollt, auch eben etwas verliert, was ihr unbedingt erhalten wollt. Nur ganz kurz dazu, denkt aber daran, je mehr ihr erobert, desto mehr müsst ihr immer wieder in dieses Menü hier reinschauen und schauen, was kriegen die Kinder jetzt. Und dann eben darauf achten, was ihr jetzt verteilt. Weil jedes Mal, wenn ihr etwas erobert, ändert sich natürlich diese Verteilung wieder um einiges, je nachdem, wie viel ihr erobert habt. Doch genug jetzt von dem ganzen Wahlrecht. Da könnt ihr euch sehr beschäftigen, überlegt, was euch da gefällt, was ihr da nehmen wollt. Ich persönlich bleibe immer radikal bei Bundteilung und manage an sich lieber das Erbe, so mit meinen Tricks, die ich halt habe. Und diese Tricks gehen wir einfach mal durch. Es gibt da natürlich immer noch mehr. Es reichen aber in meinen Augen meistens, nicht immer, aber meistens diese grundlegendsten Tipps. Wir gehen aber natürlich auch ein paar mehr Tipps nochmal an. Also, wir haben jetzt hier zwei Kinder angezeigt, wie ihr sehen könnt. Das wäre einmal einer, unser Haupterbe und eben dieser Uhuzma, der zweite Erbe. Wenn wir aber bei uns reinsehen, sehen wir, wir haben drei Söhne. Das heißt, der Sohn hier, Basileus, müsste auch tatsächlich noch etwas gewinnen. Aber, den habe ich tatsächlich enterbt. Und das Enterben ist relativ einfach. Ihr müsst nur eine Bedingung erfüllen, damit ihr es auch wirklich machen könnt. Und das seht ihr unten. Vom Dynastieoberhaupt werdet ihr enterbt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Dynastie habt, die recht mächtig ist, wie die Karlinger zum Beispiel. Oder hier sowas wie Vasconia oder Ludolfinger und so weiter. Oder Ivarin zum Beispiel, wo ihr nur ein kleines Licht von seid. Also, ihr nicht die großen Herrscher seid, die Könige, Kaiser und so weiter. Dann werdet ihr nicht Dynastieoberhaupt sein. Dann könnt ihr aber natürlich eure Dynastie abzweigen. Das brauchte ich jetzt hier zum Beispiel nicht. Dann könnt ihr die abzweigen. Das kommt irgendwann, wenn ihr genug Mitglieder gegründet habt, ein bisschen mächtiger seid. Dann würde ich das auch immer empfehlen, abzuzweigen. Dann habt ihr noch immer den Vorteil der alten Dynastie. Aber werdet aber Dynastie überhaupt dann eben von diesem neuen Teil. Und dann könnt ihr eure Kinder tatsächlich enterben. Wie macht ihr das? Relativ einfach. Ihr geht aufs Kind. Nehmen wir jetzt mal das dritte, was wir haben. Rechtsklick und geht unten auf Weitere und geht auf Enterben. Ihr seht, ihr müsst aber auch noch einen Preis dafür bezahlen. Ich zum Beispiel kann das Kind jetzt gerade nicht enterben. Man braucht nämlich dafür diese Bekanntheit, die ihr wahrscheinlich erkennt. Die ihr hier oben rechts ansammelt, über diesen Baum. Wo ihr auch die Vermächtnisse freischaltet, die jetzt sehr stark sind. Ihr werdet aber gerade am Anfang meiner Erfahrung nach, je nachdem wie viele Kinder ihr bekommt, wie viel Pech, Glück ihr dabei habt und fast nur Jungen zum Beispiel bekommt, werdet ihr viel von dieser Bekanntheit ausgeben und zu enterben. Und je höher euer Rang ist, desto teurer wird es, diese Kinder zu enterben. Am Anfang kostet 75, wenn ihr ein Graf seid. Die Reihenfolge müsste eigentlich sein 75, 150, 225. Das hat aber auch noch Bedingungen, wie viel die erben würden und so weiter. Es geht einfach darum, haltet immer Pi mal Daumen so 150 Bekanntheit bereit, um notfalls ein, zwei Kinder enterben zu können. Auch am Anfang eben. Und vielleicht sogar gerade am Anfang, weil ihr dann auch in der Aufbauphase seid. Wie gesagt, nur wenn ihr wirklich auch die Vorfahren seid. Und damit könnt ihr dieses Kind komplett entfernen aus der Linie. Was eben den Vorteil bringt, dass ihr da keine Erbschwierigkeiten, Streitigkeiten mehr habt. Das Kind wird auch relativ zahm dadurch, was auch ein krasser Vorteil ist. Denn das Kind hat ja keine Ansprüche mehr. Das heißt, es würde nicht irgendwie noch Titelanspruch haben, eure Nachfolger dann angreifen und sowas. Das Kind ist in dem Sinne einfach gelöscht worden. Also auch seine Gedanken sind gelöscht worden. Dass das Kind dann, hat zwar für euch dann Malus mit 75, weil ja, du hast mich enterbt. Aber seine Brüder und seine Geschwister, da hat er keinen Groll gegen. Was natürlich in der Realität ganz anders wäre. Normalerweise wird das Kind ja auf jeden Fall einen Groll hegen, weil es eben ja um seinen Titel gebracht worden ist. Das ist aber in dem Spiel hier nicht so. Das wird einfach aus dem Gedanken gelöscht. Das heißt, dieses Kind könnt ihr dann auch noch, wenn ihr wollt, irgendwo als Herzog einsetzen. Wenn ihr jetzt ein Kaiserreich habt, als König einsetzen oder als Grafen einsetzen. Wenn ihr gerade sagt, ach, die Grafschaft hier will ich eh nicht haben. Setzt den da ein. Dadurch kriegt ihr mehr Bekanntheit, weil das Kind ja wieder einen Herrscherstitel bekommen hat oder einen Landtitel bekommen hat. Aber es ist dann relativ friedlich. Ich würde euch nicht ermorden oder sowas, was bei Crusader Kings 2 zum Beispiel Standard war, dass sich Anspruchsteller konstant ermordeten. Ja doch, was ist, wenn ihr jetzt keine Bekanntheit habt, vielleicht eure Familie halt zu groß ist, oder ihr nicht das dünner CEO überhaupt seid? Dann habt ihr natürlich ein paar Probleme, die ihr halt dann irgendwie umgehen müsst. Ja, was kann man da machen? Ich zum Beispiel habe jetzt sieben Kinder. Das ist mir jetzt schon viel zu viel eigentlich. Habe aber genug Ressourcen, um die alle zu enterben. Von daher war das relativ einfach, weil ich aber auch schon ein recht großes Reich habe, wie ihr sehen könnt. Wenn ich das nicht habe, dann gibt es eigentlich nicht mehr so viele Methoden, um das sehr gut und eindeutig machen zu können. Aber es gibt eine, die ist sehr simpel. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe zwei Kinder, das ist ein Sohn und eine Tochter oder zwei Söhne und sagt so, oh, das ist mir schon zu heikel, dann könnt ihr tatsächlich einfach in den Lebenswandeltree gehen, auf Bildung, nehmt hier irgendwas, nehmen wir jetzt einfach mal Schwerpunkt auf Medizin und wählt einfach die ersten zwei Traits bei gesundem Körper, und zwar anatomische Studien und die Zurückhaltung. Zurückhaltung ist nämlich wichtig, da könnt ihr nämlich einfach ein Zölibatsgelübde abgeben. Ja, was heißt das? Zölibatär sein heißt, ich kann keine Kinder mehr haben. Gar keine. Und das ist eigentlich dann relativ einfach. Das heißt, habt ihr zum Beispiel zwei Töchter und einen Sohn, ist das ideal, ihr habt genug Kinder, um Bündnisse zu machen, weil ihr braucht ja auch Bündnisse. Übrigens auch enterbte Kinder können euch weiterhin starke Bündnisse geben. Das macht das umso stärker mit dem Enterben. Und ihr habt dann zwei Töchter, die ihr halt für Bündnisse nutzen könnt oder einfach für euch ausbereiten, und habt einen Sohn und sagt, das ist mir sonst zu riskant, ich kann gerade nicht enterben, ich habe keine andere Möglichkeit, ich will zu viel Land verlieren. Dann könnt ihr einfach mit Zölibatär diese Methode eben. Dann gibt es noch Sonderformen davon, wie ihr eure Kinder dazu bringen könnt, nicht mit zu erben. Die finde ich auch wieder sehr gimmicky. Ich will sie aber auf jeden Fall erwähnen, so dass wir da mal einen hohen Umschlag gemacht haben. Zum Beispiel als christlicher Herrscher könnt ihr einfach sagen, hör mal, du solltest ins Klosse gehen. Man kann als nordischer Herrscher den die Joms-Wikinger anschließen lassen. Da sind aber immer einige Bedingungen zu erfüllen. Ich zeige das einfach mal an einem Beispiel, und zwar den katholischen Mönchsgelübde ablegen. Da haben wir ja ein sehr gutes Beispiel, wenn wir einfach mit Dänemark in 1066 starten, da haben wir einige Söhne, wie wir sehen können, 4 Stück. Dann haben wir schon verschiedene Bedingungen, die diese Söhne alle erfüllen. Wahrscheinlich noch mehr. Ja, ich gucke es mir auch nicht alle an. 15 Kinder, aber was zum Teufel. Auf jeden Fall gucken wir uns mal die ersten Bedingungen an. Prinz Harald, das ist ja unser Erbe. Den können wir schon mal nicht ein Gelübde ablegen lassen. Warum? Er ist ein Herrscher. Erstens also, euer Kind darf kein Herrscher sein. Also keine Grafschacht haben, Herzogtum, König. Dann wird er es niemals machen. Dann gehen wir zum nächsten über. Das hier zum Beispiel wäre jetzt Knut. Knut sieht da ganz gut aus. Ja, könnte man rausschmeißen. Wäre perfekt. Knut würde es aber niemals machen. Ihr könnt hier zu Gelübde, also Rechtsklick wieder, zu Gelübde auffordern und drücken. Ihr seht aber direkt, diese Akzeptanz ist selbst mit Druckmittel, was wir haben, weil wir das Dynastieoberhaupt sind, nicht möglich. Weil Knut ist ehrgeizig. Und ehrgeizig bedeutet minus 500 Akzeptanz. Also auch da dürft ihr niemals jemanden haben, der ehrgeizig ist. Das würde nämlich auch nicht funktionieren. Da könnt ihr hier noch so ein Druckmittel reintun, wie ihr wollt. Das bringt nichts. Dann gehen wir zum nächsten Charakter. Das wäre dieser Charakter hier. Der ist tapfer, ehrlich und geduldig. Könnte also vielleicht was sein. Ja, der wäre eine Möglichkeit. Ihr seht aber, ja, der ist aber Dritte in der Nachfolge. Ihr müsstet erstmal seine Meinung noch auf 100 bringen. Dann würde es wahrscheinlich so bei 50, 60 Prozent sein. Ihr könnt natürlich versuchen, ein schweres, also ein starkes Druckmittel zu bekommen, um ihn dazu zu zwingen. Oder andere Methoden, um das weiter nach oben zu bringen. Wenn er zum Beispiel euer Freund ist, macht er das. Das heißt, wenn ihr eure Kinder an euch bindet, als Freund, dann klappt das. Ihr merkt aber schon, warum ich das nicht so toll finde. Ihr habt verschiedene Sachen, die ihr tatsächlich eben erfüllen müsst. Und am besten müsst ihr eure Kinder dann auch so designen, dass sie wirklich auch so funktionieren. Und das ist eben oftmals zufällig, wenn euer Vater der Kinder zum Beispiel religiöse Eifere hat und andere Dinge, die halt gut dazu passen. Wie jetzt zum Beispiel so eine Tugend. Der hier ist ja zum Beispiel tugendhaft. Dann könntet ihr diese Tugend auch weitergeben. Dann ist es einfacher, die dazu zu bringen. Aber ihr nochmal eben merkt halt, das ist komplexer. Außerdem verliert ihr noch Legitimität. Das haben die auch in den letzten DLC eingeführt, damit es einfach noch nerviger wird. Legitimität kann massive Auswirkungen haben, wenn ihr zu wenig davon habt. Aber es wäre zumindest die Möglichkeit, wie ihr eben Charaktere dazu bringen könnt, aus eurer Erblinie zu verschwinden. Und so läuft das halt auch mit den anderen Arten, wie zum Beispiel den Jons-Wikingern. Ein kleiner Nachtrag von euren Omni noch. Ihr könnt natürlich auch die Religion so gründen, dass ihr das Mönchstum mit drin habt. Mönchstum ist ein Trait, den ihr hier unter den Religionstraits findet. Und dann könnt ihr allen Höflingen halt dieses Gelübde ablegen, fordern. Das, was ich euch schon gezeigt habe, was eben ganz viele spezielle Bedingungen hat. Aber wo ihr eben auch sagen könnt, hör mal, hier kriegt ihr kein Erbe mehr. Ihr müsst ja nur darauf achten, dass eure Kinder dementsprechend erzogen worden sind. Tja, und dann gibt es noch die Möglichkeiten, die nicht ganz so nett sind. Und zwar könnt ihr eure Kinder auch, naja, verschwinden lassen auf verschiedenste Weise. Und zwar geht das nur, wenn ihr das ganz schlimme Verschwinden haben wollt, mit einem Sadistic Trade. Denn dann könnt ihr auf eurem armen kleinen Erben hier drücken und tatsächlich diesen Komplott beginnen. Dieser Komplott kann nur gemacht werden, wenn ihr ein sadistischer Charakter seid, denn ihr seid dann so eiskalt, dass ihr auch nicht voll vor zurück schrägt, eure Erben auf ganz besondere Weise loszuwerden. Das macht ihr einfach, führt den Komplott durch und werdet dann hoffentlich euer Kind los, sodass ihr tatsächlich ein Erben weniger habt. Oder, was ihr auch machen könnt, ist das Kind einkerkern. Aber da müsst ihr natürlich auch Gesetzesgrundlagen in eurem Reich haben, was aber jetzt nicht so das Problem wäre. Das heißt, ihr könnt jetzt euer Kind einkerkern. Das Kind kann sich ja in jungen Jahren auch nicht wirklich wehren. Denkt daran, dass ihr aber dafür Tyrannei dazu bekommt. Also alle Vasallen hassen euch dann. Aber ihr könnt das Kind dann einfach einsperren. Und ja, dann kann es halt noch was erben. Sind wir mal ehrlich, das ist aber nicht das Problem, weil ihr könnt dann natürlich tatsächlich deren Titel sehr schnell wegnehmen. Und zum Schluss gibt es natürlich noch die ganz plumpe Methode. Wenn ihr sagt, ey, ich habe genug Kinder, wie jetzt hier zum Beispiel, dann könnt ihr auch einfach sagen, ich schmeiß meine Frau raus. Dafür solltet ihr immer die Religion so gegründet haben, wie ich sie schon beim ersten Tutorial gezeigt habe, wo ihr wirklich auch die Ehescheidung immer erlaubt. Solltet ihr immer machen. Nehmt entweder eine Religion, die schon vorhanden ist, die das erlaubt. Oder reformiert eure Religion, dass das möglich ist. Nicht, dass ihr beim Papst irgendwie betteln müsst oder sowas. Das macht das Ganze schwer. Das kostet euch ein bisschen Frömmigkeit. Ihr könnt hier auf Ehescheidung gehen. Kostet 100 Frömmigkeit. Wer interessiert es? Und schmeißt die Frau dann raus. Und dann geht ihr hier drauf. Wählt eine neue Frau. Könnt hier auf Filter an und ausgehen, um es ganz sicher zu machen. Könnt auf Fruchtbarkeit gehen. Unfruchtbar gehen. Ich würde euch das generell sogar empfehlen, weil ihr dann einfach eine nehmen könnt mit sehr viel Verwaltung. Ihr braucht ja keine Kinder mehr. Es ist also fertig. Sehr viel Verwaltung. Am besten nicht zu alt. Zum Beispiel hier die mit 24 Verwaltung und 46 Jahren, sodass ihr mehr Domäne halten könnt. Wenn ihr jetzt mehr Kriegskunst braucht, könnt ihr natürlich auch noch Kriegskunst filtern. Das ist klar. Solltet ihr halt nur gucken, dass ihr nicht zu alt ist. Sonst seid ihr alle zwei Jahre neue Frauen empfinden und könnt dann einfach zuschlagen. Müsst nur aufpassen, wenn die niedriger Geburt sind, also keine gleich bekannte Familie haben, werdet ihr wieder Legitimität verlieren. Das T-Shift ist nicht so schlimm. Legitimität ist manchmal ein extremer Krampf zusammen zu kriegen. Und diese Frau ist dann einfach unfurchtbar. Ihr könnt also warten und kriegt gesagt, jo, die heiraten wir jetzt und diese Frau wird keine Kinder mehr für uns bekommen. Ihr seht, das haben wir dann hier in unserem afrikanischen zwei Herzogtum Let's Play gemacht oder Playthrough gemacht. Mit zwei Herzogtum und einfach mal diese Armee Größe haben, was einfach richtig lecker ist. Guckt euch im zweiten Tutorial nochmal an. Da gehe ich da auch nochmal ganz kurz drauf rein. Und ja, jetzt können wir keine Kinder mehr bekommen. Das heißt, wir haben jetzt gar kein Problem mehr. Können unsere restlichen dann einfach enterben. Das wären diese zwei Söhne, die wir hier haben. oder eben könnten unsere Nachfolge ändern, wie wir lustig sind. Wie gesagt, es gibt noch ein paar Sonderformen, die durchaus noch eine Rolle spielen können. Die sind aber in meinen Augen eben nicht so nützlich, wie diese ganz einfachen Tipps zur Debatte, eine Frau heiraten, die keine Fruchtbarkeit mehr hat und enterben. Das sind die drei Tipps, die ich am besten finde, wodurch man sehr gut diese Vererbung managen kann. Wenn ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Sonst kommt gerne bei Twitch vorbei. Da zocke ich auch alles mögliche an Crusader Kings 3 oder sonst Strategiespiele. Und geht auf den Zweikanal mal schauen. Da habe ich zum Beispiel dieses Persian Let's Play oder Playthrough durchgespielt und auch hochgeladen, wo wir tatsächlich verschiedenste schwere Achievements durchgehauen haben, was wir generell auch bei Twitch immer machen. Und vielen Dank fürs Zuschauen.